Wer bist du, Chiron? Ich hab lange versucht, es zu vergessen. Die ganze Zeit zu vergessen. An einem bestimmten Punkt musst du für dich entscheiden, wer du sein willst. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Was ist los? Alles okay. Nein, du siehst nicht so aus, als wäre alles okay. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich bin dein und du bist mein. Nein, 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 du hörst jetzt zu. Und wem, Ma? Ha? Etwa dir? Wer bist du, Mann? Ich hab dich vielleicht ein Jahrzehnt nicht gesehen. Das hab ich nicht erwartet. Was hast du denn erwartet? Was hast du denn erwartet? Ja, ich hab dich gefragt. Was hast du denn erwartet? Jan Krosz r Podfahr бизнес dieses Jahrzehnts des Jahrzehnts des Jahrzehnts is dir த Amorted.